Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ich hatte jetzt eine Woche Pause, durch die Hitze habe ich nicht aufgenommen. Ich habe nur das hochgeladen, was vorproduziert war. Und muss jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Der Ton von meinem Mikrofon sollte jetzt besser sein, denn ich habe ein, zwei Einstellungen gemacht. Oh wow wow! Wie war das mit Deckung? Wie war das mit, äh, nach oben drücken? Wie war das? Oh Gott! Äh, so war das. Okay. Oh wow wow. Oh Gott. Wie war das mit, ich hatte gerade eine Pause gehabt. Das Herz nahm mal auf. So. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Jetzt ist doch gut. Ja, x, wo ist x, hier ist x. Du musst nachladen. Oh Gott, ich bin so schlecht im Controller ziehen. Zielen. Äh, jetzt kommen wir hoch. So. Okay. Ähm. Nicht schon wieder. Noch einer. Da oben ist auch noch einer. Ich habe dich gesehen. Kollege Schnürschuh. Lass mich fix nachladen. So. Wo bist du? Da oben ist er. Ich denke, Janus, ich hätte euch nicht gesehen. Upsa. So, habe ich ihn da getroffen? Will Prenz noch nicht reingehen? Ja. Du merkst schon, dass du mich nicht treffen kannst, ne? Jetzt mach dich doch fort. Huch. Wo kommt der denn hergeflogen? Ach, der lebt sogar noch. Er lebte. Huch. Da sind noch welche. Oh. 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 Oh, ein schöner Sackschuss. Wow. Zwei Meter stehe ich davor und ich... Oh. Und ich hasse einfach nicht, ihn zu treffen. Ja, ich stehe total offen. Das ist total kacke jetzt. Ähm. Ja, gut. Müssen ich mich nachladen, Leute. Ja, vielleicht sollte ich nicht looten. Wow. Ja, ich bin getroffen. Das hast du sehr gut erkannt. So. Pfeile sind mir immer noch am liebsten. Oh. Ach. Geh doch bitte weg. Ach. Ich bin tot. Okay. Das war kein... Das war nicht strategisch genug. Ich sollte besser zielen. Ähm. Ich sollte wirklich besser zielen. Ähm. Ja. Ja, ich beeile mich. Ja, die kommen einfach... Wie ging denn das? Ich habe jetzt so ein dämliches Ding. Wie ging denn das? Wie so? Ah, so war das. Herr auf, Mensch. Ist das gut mit euch? Ich muss nachladen. Hört auf, hört bitte auf! Ach, was ist denn das hier? Ach, Freunde, was ist denn das für ein folgen Anfang? Ich sag, der ist Minister für Sie. Okay. Ja, schwärmt auf. Ja, mach das. Ach Gott, ich bin da im Platz. Ich hab keine Munition mehr. Ich muss nur merken, ich hab... Ui. Du, Appa! LB, es ist doch LB. Ich drück doch LB. Verdammte Axt. Ich drücke nicht LB, ich drücke RT. Ich sag das einfach mal nichts dazu. Ich glaub, ich wechsle gleich wieder auf ihm aus. Hat eindeutig besser funktioniert. Ich sag das einfach nicht dazu. So. So. So weg? Ja, er ist weg. Ich stehe unter Beschossen. Gebt sie ihr Feuerstück! So. Wir sind einer weniger. Ich hab sie. Ich werde beschossen. Oh Gott. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es geschafft. Ich war grad ein bisschen konzentrierter. Ich glaub, ihr habt es gemerkt. Was war das denn jetzt für ein Kack? Oh Mann. Ich hab mich jetzt echt berastlich angestellt. So. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, toll. Jetzt hab ich immer die falsche Taste gedrückt. Und so, Holz nehm ich mit. Die Bombe nehm ich jetzt mit. Die lass ich jetzt einfach mal in der Hand. Oh Gott. Wie kann man sich nur so brassich anstellen? Ja toll, hab ich die Dose einfach mal fallen lassen. Wieso kann ich hier irgendwas mitnehmen? Außer meine tolle Dose, die ich hier schon mal präpariert habe. Ach Mann. So, die ganzen Typis möchte ich hier bitte noch abkrabbeln. So, euch hab ich schon? Ja, euch hab ich schon. Uff. So, da ist es auch kaputt gegangen. Weiß ich nicht. Ach komm. Huch. Huch. So. Jetzt hält mich hier nichts mehr auf. Nehmt mit. Aber wirklich, also gezielt, das war jetzt ja mal gar nichts. Das war ja, das war ja 0,0. Also, ich hab das jetzt echt verdient, dass ich hier nichts getroffen habe. Ich hab mich echt, äh, wow. Wow, wow, wow. So, Münzen nehme ich mit eifriger Lerner. Sehr schön. Die prepariere ich wieder. Ging das hier nicht? Ah, das hätte ich auch machen können. Guckt, ich hätte meinen Bogen und den hier machen können. Mist. Ne, nicht den hier. Den hier. Super. Hätte ich auch machen können. Hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Genau wie hier. Ah. Naja. Jetzt wissen wir ja Bescheid. So, in der Steuerung sind wir jetzt auch wieder drin, hoffe ich. So. Und hier haben wir jetzt alles abgefrühstückt. Ah. Aber ich hatte keine Wahl. Ich konnte das nicht... Ah, moin. Ich hätte das hier nicht lautlos machen können. Also, wir sind hier immer wieder... in die, ähm, in den Angriff gekommen. Was ist hier passiert? Ah. Uh. Naja, das weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall looten und... Uäh. Kampfmusik? Warte. Na ja, ich weiß definitiv, dass wir das hier nicht schaffen werden. Ähm. Was ist hier passiert? Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich den abkrabbeln bitte? Nein. Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ich schreie noch mehr rum. Ich habe schon genug. genug Kerzen? Genug? Ich weiß nicht, was es darstellen soll. So. Die Musik. Setzt ein. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Aber, aber warum ist er da so versteckt und überhaupt nicht gesichert in so einer Kiste, die hier einfach so rumsteht? Ja gut. So. Ich höre hier. Die sind ja alle schon tot. Muss ich ja gar nicht so machen. Ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Hm. Etwas makaber. Ja. Makaber. Warum nicht? Huh. Ich höre was. Äh. Oh. Ich höre was. Äh. Hat doch gerade jemanden gehört. Hier ist noch irgendjemand. Ich glaube, das wird die Gute sein, äh, die uns gesagt hat, wenn ich sie das nächste Mal sehe, wird sie uns töten, glaube ich. Oh, Jacob. Wow. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass sie mich da rausgeholt haben. Die Stimme, die kenn ich irgendwo. Ist das nicht Jonas Stimme? Okay. 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 Renn, renn, renn. Oh Gott. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Uh. Lauf. Lauf, Lara. Das sieht nicht gut aus. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Das musst du erst mal treffen. Ja, ich versuche zu überleben. Ich kann noch nichts machen. Wege drückt halten. Ich schwimme doch schon. Wie verrückt. Ich bin doch schon am Schwimmen. Los. Lara, stell dich nicht so an. Oh Gott. Komm, 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 komm. Strampel schneller. Strampel schneller. Lara, 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 Lara. Oh, ich, ich hab's ge... nicht geschafft. Ach, ich hab's geschafft. Ach, puh. Lava, lebe. Lebe. Oh, Gott. Die Arme muss so frieren. Schnee, Eis, Kälte, und der Tremische Helicopter ist natürlich immer noch der und sucht uns. Los, Lauflaber, du schaffst das. Ist so viel, ist so viel, ist so viel. Wir rennen hier einfach ganz vehement weiter. Und... zopp, zopp. Komm, 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 komm. Nee, es hört uns auf. Aahh, zu kurz, zu kurz, zu kurz. Nein, nicht zu kurz. Das ist wieder so ein richtig schöner Lava-Erkhoffter, rennt durch die Gegend. Schaffen wir das? Oh. Ups! Ich bin daneben gesprungen. Ich bin gestorben, oder? Oder? Ja. Das war halt so rutschig. So, hepp. Hepp. Hier rüber. So, jetzt haben wir... Auf, auf, auf. Und wieder einmal. Sind wir im Wasser gelandet? War's diesmal richtig? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wir wieder gestorben sind. Aber nein. Das sieht gut aus. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Stellt euch mal vor, ihr müsst euren Vater so finden. Oder generell, irgendeine geliebte Person muss ja eigentlich der Vater sein. Wir zittern. Und Jacob hat uns gefunden. Oh Gott, wir zittern am ganzen Körper. Hätten wir nicht. Mhm. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Das gefällt ihm scheinbar nicht. Das weiß nur, dass Sie so haben. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Entschuldigung, Entschuldigung. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er... Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man... Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Sollte man schon. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich sie, ihre Suche nicht aufzugeben, sondern ihren Weg zu ändern. Schließen sie sich uns an. Und helfen sie uns gegen Konstantin und Trinity. Erst uns. Und was passiert dann? Dann verlassen sie das Tal lebend. Im Wissen, dass sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Warum nicht? Können. Können. Oder wollen. Ich bekämpfe Trinity mit ihnen. Aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Nein. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ich bin vorübergehend. Ich werde sie nicht weitergeben. Ich werde sie約en. Ich werde sie nicht geben. Ich werde sie nicht stopper. Ich werde sie ansetzen. Ich werde ich stärker arbeiten. Ich werde sie mehr arbeiten.